Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Sahara Staub erreicht Himmel über Deutschland. Sahara Staub steigt in die Lüfte über Deutschland. Sahara Staub steigt in die Lüfte über Deutschland. Von Anita Farke, veröffentlicht am 31.03.2024. In den letzten Tagen hat ein ungewöhnliches Phänomen die Blicke vieler Menschen in Deutschland gen Himmel gelenkt. Eine auffällige Trübung des sonst klarblauen Himmels weist auf ein Naturschauspiel hin. Sahara Staub hat Deutschlands Luftraum erreicht. Das Phänomen ist auf großflächige Staub- und Sandstürme in der Sahara zurückzuführen, die dazu führen, dass große Mengen an Wüstensand aufgewirbelt werden. Diese Sandpartikel können durch die Höhenwinde über weite Strecken transportiert werden. In diesem Fall haben die Winde den Sahara Staub bis nach Deutschland gebracht. Auswirkungen auf Wetter- und Luftqualität. Der Sahara Staub hat vielfältige Auswirkungen. Einerseits kann er zu spektakulären Sonnenauf- und Untergängen beitragen, da die Partikel das Licht in besonderer Weise streuen. Andererseits kann er allerdings auch die Luftqualität beeinträchtigen und allergische Reaktionen auslösen. Risikogruppen wie Menschen mit Atemwegserkrankungen werden daher geraten, vorsichtig zu sein und bei Bedarf ihrer Aktivitäten im Freien zu reduzieren. Prognose Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes, DWD, wird die Staubbelastung in den nächsten Tagen langsam abnehmen, da die Windströmungen sich verändern. Dennoch rechnet der DWD damit, dass es noch einige Tage dauern kann, bis der Himmel wieder komplett klar ist. Das Phänomen ist ein weiterer Beleg für die globale Vernetzung unserer Umweltphänomene. Es ist auch eine Erinnerung daran, dass Wetter und Klima globale Phänomene sind, die weit über die Grenzen einzelner Länder hinausgehen. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.